Schädel. Uh, Snickers liegen ja auch rum. Achso, kann ich nicht nehmen. Na dann essig doch mal. Drei mal würd ich jetzt nicht. Egal. Ach sonst ist hier nichts, willst du mich verarschen? Das ist alles. Oh, das sieht ja schön aus da oben. Ja, ne? Ja, das sieht cool aus. Aber das war's dann auch schon. Verdammt, dachte ich hab jetzt hier... Alter. Achso. Das ist mir grad hier niedlich oder so. Aber ne, das ist nur... Ja, ein paar Schädel und so. Ne, schade. Hm. Na gut. Ich dachte hier unten finden wir irgendein special Ding. Ey. Jep. Will hier raus. Hm. Philipp rastet da drüben wieder aus. Aha. Nö. Ah, du bist wieder draußen, wa? Jo. Hm. Hä, war er denn nicht grad da unten? Ne, das war Ecke. Achso. Wo ist, okay, da. Hm. 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 Hüßtel, Hüßtel, Hüßtel. Hm. Wir brauchen noch so viele Sachen, ey. Oh, noch ne Kassette. Ja, das wird die gleiche sein, wie vorhin. Ah, und die Schädelchen. Die Schädelchen. Ne, ne, das... Jawohl. Das Video hab ich noch nicht. Ne, das habe ich noch nicht. Ne, das habe ich noch nicht. So. Dann zeig mal den Kretsch. Ach, es gibt's nur zwei, wa? Ne, es gibt mehrere, also du kannst... Du kannst mehrere, äh, Sachen finden. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt die beiden... Die beiden Tapes, die ich ja vorher schon hatte. Ja, ja, sag ich ja. Der Tape hattest du schon. Achso, dann hab ich's nochmal eingesammelt. Ähm... Da. Und da. Wieso hab ich eigentlich meinen Katana nicht ausgerüstet? Was ist denn da los? Tja. So. Weil du Wrestling spielst. Da witch. Ach, ja. Freiheit. Yay. Freiheit. Für alle. Freiheit. 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 Ich bin frei. Oh, Medizin hab ich gefunden. Seitdem ist die Schildkollege los, ey? Alter, ein Knopf. Wieso will die nicht sterben? Wieso will die nicht sterben? Jetzt. Da soll ich den Grill anschmeißen, oder? Also, meinetwegen nicht. Ne, von mir aus brauchst du auch nicht. Ich hab nur mal meinen Trinksack grad aufgefüllt ein bisschen. Aha. Mit ich unterwegs was zu trinken habe, endlich. Ähm. Wie war denn, wie war denn, äh, das Rezept nochmal? Uff. Da fragst du mich was. Keine Ahnung. Ich glaub, das waren zwei, zwei Hasenhäute einfach nur. Ne, das war alles, ich hab den Beutel, kann man zum, äh, Dings Beere nehmen. Oder war das, äh, oder war das Rehhaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Es kann, es kann auch Rehhaut gewesen sein. Rehhaut, ja, stimmt. Ihr habt ja so viel Glück gehabt und ich nicht mit den Rehen. Ja, bei den Viechern muss man schnell sein. Nur er. Was ist eigentlich da hinten auf der Insel? Da musst du gucken. Mach ich auch. Ich trau mich. Oh mein Gott. Ui, ein schöner Wellengang hier. Na nicht, dass du sie krank wirst. Zu spät. Bleh. So, das Licht kann ich ausmachen. Ich durfte den, äh, warte für euch nichts. Ähm, wir haben hier einen Besucher. Oder ich zumindest. Ja, dann mach ich nieder. Äh? Hallo? Kommst du mal her? Später. Ne. Hier ist nur nicht, ich dachte hier hätten sie mal... Ich mach n Schmesser. ... mittlerweile was hin gemacht. Was schön ist. Na gut. Da siehst du. Der lebt noch. Oh shit, meine Aus... Ja, meine Ausdauer. Okay, super. Mann. So, noch mal wieder. Das war's wieder zum reparieren. Ja. Ich hab da was kaputt gemacht. Ich dachte, das liegt daran, weil hier wieder irgendwelche eingeborenen Gegenden gelaufen sind. Ja, hier. Weil sie den Eingang nicht gefunden haben. Weil sie den Eingang nicht gefunden haben. Weil sie den Eingang nicht gefunden haben. Ja, ja. Ich finde immer nicht den Eingang. Kommt einer, zwei. Sind da. Ja. Hinterm Container. Ja, die haben ihren Kuppel gebrochen. Wollt ihr auch ein Stück? Der ist ja abend dran, er sagt er abend ab, oder? So sieht's aus. Ja. Tachchen. Warte. Ich weiß gerade was hier jauzt. Blöppling. Wie ne Katze. So. Okay, das ist auch down. Sehr gut. Knochenrüstung ist unterwegs. Oh, da ist noch einer. Das ist schon mal ganz gut. Dass du hier bist, ist aber nicht gut. Meine Bank, meine Bank. Was hast du denn davon? Die haben wir gleich wieder. So, gucke. Ähm. Wo bist du? Wo bist du bei dir? Okay, bei mir ist kein Reparaturteil mehr. Ähm. Ja. Okay. Ähm. Das sieht hier gerade ein bisschen komisch aus. Ein bisschen, ne? Ja. Ja. Und das ist halt Stapelware. Ja. Ähm. Wo haben wir den denn? Der eine hatte wie Jage gegessen. Ja. Ja. Der, der unter ihnen liegt wahrscheinlich. Ja, die Arschkarte. Ja. Die Arschkarte. Definitiv. Definitiv, ja. So. Ich finde das immer noch eklig, wenn, wenn die hier auf dem, äh, hier brutzeln und, und sich das so anhört, wie, wie, wie wenn, äh, wie wenn du irgendwas frittierst, weißt du? Mhm. Dieses Brutzeln ist irgendwie eklig. Mhm. Also nicht die Brutzeln selber, aber das wird Menschen sein, sind die da so Brutzeln. Das ist, boah. Naja. Uh, hier ist noch ein Fisch. Ich hab' mir gelang. Ich hab' mir gelang. Ich hab' mir wieder angezeigt. Ah, jetzt. Ah super. So, jetzt ist deine Bankhof wieder repariert. Oh Gott sei Dank. So. Jetzt wieder halbe Rüstung voll. Ja, die hält wieder. Sehr gut. Das ist natürlich auch geil, wenn man jetzt hier auf den Containern was bauen würde, ne? Mhm. Ja, ist nur die Frage, also wahrscheinlich würde es jetzt halten und dann bei den nächsten Updates würde sich das durchbacken. Mhm. Oder wäre dann irgendwie fehlerhaft, oder? Meinst du, meinst du so eine Treppe dann hochbauen und dann? Ja, ja. So, ich speichern nochmal kurz. Wartet. Den Bock. So. Mhm. Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, rüstet euch so ähm, essensmäßig aus. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Ja, besucht auch. Ihr könnt, äh, trinken. Besuch. Och, hier ist doch nicht wahr, hier. Hau ab. Ich hab' keiner eingeladen. Ihr Muschis. Sind doch Herren. Nur angehen, ne? Hautschen. Geh weg, Muschi. Geh weg, Muschi. Toll. Das war unser Feuer, du Spaten. Pass auf, schau's. Äh, ja. Ne, stipp doch mal. Super. Das war knapp. Repariert. Warte mal, ich würde gerne mal was probieren. Bevor ihr... Wolltest du jetzt ein größeres Feuer machen? Äh, nein, und zwar, ich hab's nur mal 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 gesehen, ich mach's längst mit dem eigentlich immer so. Warte mal. Mach's wieder, wie du jetzt denkst. Ey. Woll dann, nehm ich einen lock und der mach ich oben drauf. Ich hol' aber noch mal ein lock. Gut. Nein. So. Wieder alle easiest, ach so, vorne nochmal gucken. Tür. ich bin aussehen für die frauen tito meine klinge wieder polieren diesen container da unten hoch ja ja tatsächlich muss ich mal luft holen ja da wirst du nicht reinkommen zumindest nicht ohne tauchgerät wenn du unten fest wächst bist du auf der arschkarte ja weil ich kann da keiner retten ich komme wieder zu euch so ich habe mich jetzt essenstechnisch ausgerüstet ich jetzt auch ich würde sagen wir machen uns mal auf der suche nach was ist denn das hier ach ah das wieder ja ja ok so das ist ne gute idee kommen die dann hier so schnell ran die sparten würde ich sagen suchen wir mal ein bisschen weiter wir müssen ja noch das boot finden das boot das boot das hatte ich das hatte ich immer in meiner welt mal gefunden ja es ist auch gar nicht so weit weg eigentlich ich bräuchte unbedingt an die medizin habe ich fünf stück da ach ja schön du leidu 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 knochen auch noch zwei knochen zwei fehlen dir eins zwei ab schon hast du gut danke so kann ich einmal hier so also eigentlich bin ich auch noch über hier liegt doch noch einer so lag das kind um eine kohle habe ich noch im bolsch blubblub hier noch was interessantes nö so ähm ja dann gut ich auch ihr seid ready gut oh besuch schon wieder na dann komm lasst uns jetzt sehen genau da wird man jetzt hier zu blöde richtig wir könnten uns auch ein floß bauen was haltet ihr davon geht es ja denn sagst doch dann hätte ich eins gebaut na dann kommt man hier rüber da wo der wald recht nahe ist und fällt mir schon mal ein paar bäune so zwei oder drei dann kann ich euch sagen wie viel wir brauchen zwei oder drei ja müsste eigentlich reichen eins eins zwei drei da kannst du ja ein paar bäune fangen oh du spanner du ich hab nichts gemacht so ne der leucht war ja ne ein spannender leucht schade ich hab ihn fast erwischt also ähm entweder was ist das hier 57 57 das kommt ja nicht hin small raft achso also entweder wir machen uns ein kleine floß da bräuchten wir sieben baumstämme oder wir machen uns ein hausboot da bräuchten wir 40 äh äh zweite bau was gefällt also ich weiß nicht jo das geht dabei schnell dann machen wir das hausboot ähm oh man baum nummer 3 ich kann mal stehen ach da tut tut ach scheiß drauf Marco willst du das boot bauen ich ich helf mit ja denn äh dann bring ich hier die holzdinger hin und du kannst dann bauen ok 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 so ich spazier mal hier ein bisschen lang lalala schönes Wetter heute ja so gut philip dann warte mal kurz mit den weiterfällen ok kannst du hier kurz mithelfen könnte sein dass das nämlich jetzt schon reicht mal schauen äh achso ja jetzt haben wir 10 von 40 also noch 30 gut Marco äh Marco sag schon philip hat ja schon so einiges äh da hinten um ihn genutzt ist ja schon der halbe forest hast du das ding gebaut ok naja der tausboot habe ich ja gesagt ah ich glaube das lässt dich nicht immer steuern ach das lässt dich super steuern also finde ich zumindest nach streichelt sie wieder eine Schildkröte mhm ne ich wurde wie sie achso ach scheiße 3 kann man ja nicht tragen ne aber konnte man doch mal ne du konntest hier nur 2 tragen schon immer mhm das gab mal einen bug wenn du den dritten immer wieder aufgehoben hast dass sich die Baumstämme dann äh vervielfältigt haben aber das ist schon lange rausgenommen worden mhm du könntest von den dritten zwei rumählen aber das würde doch gehen ja gut ok aber da wirst du ja bekloppt mensch so 20 von 40 haben wir jetzt ja perfekt dann wäre gleich geschafft 24 und 40 weil ich meine das Floß das wäre zwar schneller gegangen aber ähm da hatte man auch immer wieder erstens Sitz und zweitens hatte man da immer wieder die Schwierigkeit dass ein anderer dann meistens runtergerutscht ist oder so mhm da musste man echt aufpassen stimmt und der dritte wird das ein bisschen klein gewesen mhm ich glaub nämlich auch und so können dann halt 2 drin stehen sicher und äh der dritte fährt halt was wahrscheinlich sowieso überwiegend ich sein werde wie ich euch kenne ja dann wenigstens weißt du das das ist ein Führerschein ne ja ich hab meinen Boots Führerschein gemacht mann was ist denn das so wie viele Stämme fehlen noch 10 Stück ok äh Philipp kannst du dann brauchst du ja nicht mehr das ist schon viel zu viel das sind nur 8 Stück oder und der nächste fällt und wenn du könnte auch ein Anlegestick bauen könnte man natürlich machen könnte man nicht muss man aber nicht ok 4 4 Stämme noch und dann sind wir fertig 2 aber mach nicht aber mach nicht so einen langen Steg ne so ein Puppelsteg wo du nur einen äh nur einen Stamm brauchst plumm fertig so so und tada schön jetzt kann man wieder gehen gut tschau haut darin müssen wir mal schauen wie hat man das denn gedreht so hat man es gedreht ne ja ich hab nen Lulich jay Achtung so so noch bin ich wieder hm 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 jetzt ist so schön still hier năm fäin wir überhaupt nicht ich wollte auch graht sagen, es ist zu ruhig hm Aber macht euch keine Sorgen, wir haben jetzt unser Hausboot. Wenn jetzt gleich ein paar an die Rand kommen, dann sind wir weg. Oh, es ist dunkel hier gerade. So, vier beim Baumstämmer brauchen wir noch. So, genau, es ist dunkel. Warte mal, ich mach mal da auf unserem Hausboot, stell ich mal Licht auf. Hängst du da Licht auf? Genau, häng ich nämlich jetzt ein Lichtlein rein. Ach, drück immer wieder die falsche Taste, so. Boah, auch noch zweimal dieses Harz Zeugs da. Ah, ich hab noch, ich hab ja durchs Beinefeld, hab ich ja. Warte mal, die müsste eigentlich sehr gut hier reinpassen. So, ich mach hier noch eine hin. So, jetzt müssen wir hier noch fünfmal an der einen Fakt an der anderen Seite machen. Hm, ich hab noch einen gefunden. So, ich brauch hier auch noch Baumharz und Seil. Okay, hab ich beides. Sehr gut. Ah ja, und der Steg ist jetzt nicht ganz fertig. Yay. So. So. Äh, willst du noch mal eine blaue Markierung oder sowas noch machen? Dann willst du halt das Ding wiederfinden? Welches Ding? Meinst du das Hausboot? Ja. Ach so, das... Ach, man kann jetzt nicht schlafen, ne? Ähm, man kann da ein Bett drin aufbauen, ja. Ach so. Oh. Ansonsten macht so eine kleine Markierung oder sowas halt wiederfinden. Ja. Das kann ich machen. Mal schauen, wo das war. Die hier hinten nicht, ne? Da. Da. Ein Stickmarker. Den... Wo klatschen wir den hin? Klatschig mal hier in der Ecke hin. Dann machen wir hier noch was anderes hin. So. Der kriegt die Farbe... Weiß ich nicht, grün, oder? Ich mach mal grün. Ja. Okay. Ist natürlich hochgut. Geil. Guck mal. Ach so. Hab ich ja schon Hunger. Guck mal. Guck dir Hunger? Ja, so ein bisschen. Da hat der was auf dem Grill gelegt. Ach so. Muss nur, äh, auf dem Grill gucken, ja. Oh. Oh. Jetzt nicht. Puh. Irgendwie ist man nicht drauf. Anstrengender Tag heute. Äh? Der zeigt dir. Hab da was draufgelegt. So. Kannst er essen jetzt. Ist jetzt durch. So jetzt, ja. Naja, nicht ganz, aber fast. Fast durch. So. Ich, äh, ich hab nun mal hier... Oh. Ach, ja. Na bitte. Dann haben wir ja... Okay. ... mindestens jetzt ein Hausboot. Ja. Ein Bootshaus. Mit Steg. Mhm. Hallo. Na, bin du wieder da? So. Auf dem Grill ist noch was, wenn du noch Hunger hast? Ja, gerne. Du hast noch hier mit. Gib mir das Essen! Gib mir das Essen! Gib mir das Essen! Okay. So. Yay. Hey. So, ich habe Düstle. Tito. Siehst du, wir können ja mal noch einen Schildkottenpanzer aufstellen. Das können wir machen, ja. Ich hab auch noch einen Panzer da. Ich auch. Ich auch. Ja, ist ja gut. Macht ihr, was ihr wollt. Vögelchen. Hinten liegt auch noch ein Panzer da irgendwo. Oder? Also, ich brauche noch einen Panzer. Hier kommt doch noch kein mehr. Ja. Hinten, äh, links. Hier. Hinten ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Vielleicht alle hinten rennen. Ein Panzer! So, achso, warte mal. Du hast mir versprochen, dass er am Panzer liegt. Jetzt ist da keiner. Hm, 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 hm. So. Ich war zu weit. Fettig. Mal gucken, auf was wurde denn so ein ganz einfaches Bett gemacht? Waren doch auch irgendwie Hasenfälle und so, ne? Ja. Das war schon übertrieben, oder? Small Bett. Vier Hasenfälle, einmal Seil und 17 Stickies. Also, Hasenfälle habe ich noch eins. Ich glaube, ich habe auch noch zwei. Ähm. Mal eine andere Frage. Wollen wir hier im Haus... Ich habe auch eins. Wollen wir hier im Hausbooten, äh, einen Schlafplatz haben? Ja. Oder reicht das ohne? Ja. Naja, ein paar Meter weiter haben wir ja schon Schlafplatz. Eigentlich. Naja, aber wenn wir jetzt unterwegs sind. Das meine ich. Achso, mit dem Boot. Ja, ja. Dann schon. Ja, gut. Dann könnt ihr mir mal euer, eure beiden Hasenfälle bringen. Dann bau ich hier schnell das Bettchen auf. Ja. Toll, denn ist mir kalt. Ja, dann hast du Pech. In dem Moment, wo du gesagt hast, da habe ich Pech. Da haben die Grillen angefangen zu grillen. Zu grillen? Ja. 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 Dieses coole Geräusch gemacht. Du schießt dann. So. So. Ähm. Da ein Hasenfälle kann darauf? Ja, einer eins noch. Genau. Und dann... Dann haben wir da die Päckchen. Sehr gut.